Ja, und mein Lieben, ja brauche ich's da draußen. Heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von Bayern und der Gute und Ise. Und wir sind hier stehen geblieben in der jubelalten Fabrik. Wenn er ihn nicht geändert hat, lautet er immer noch, viel Glück. M6B9. M6B9. Okay. So. M6B9. Bestätigen. Also er hat nicht geändert, was für ein Rotthelm. So, rein da. War ja irgendwie klar, oder? Mach mal auf. Bisschen angekraxt das Ding und dann... Ja, tritt mal auf. Okay. Wir sollten von jetzt an auf zehn Spitzen laufen, Jade. Keine Angst, Onkel Paige. Wir schießen ein paar Fotos und dann ab nach Hause. Nooo. Nooo. Shawnee, ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Shawnee. Okay, gut. Oh, fiese Ratten. Wegtreten. Wegtreten. Halt, stopp. Fotografieren. Fotografieren nicht vergessen. Ich hätte fast vergessen, sich zu fotografieren und würde auch lauter wegtreten. Dreht. Ach so. Ja, da werde ich zu Tode geblitzt. Ich habe keinen Bock, Schweizer Käse am Ende zu sein. Wir gehen in die Richtung. Nein, ich habe gerade keinen Hunger. Nein, ich habe gerade keinen Hunger. Ach so, Kreis. Okay, gut. Hocke, 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 Hocke. Ähm. Ich spiele gerade Maus der Tastatur, deswegen muss ich gucken. Ja, okay, gut. Dann machen wir es halt eben so. Einfach mal schnell auf Maus der Tastatur wechseln. Nein, ich habe gerade keinen Hunger. Ja, ja, du und dein Hunger. Der juckt mich gerade herzlich wenig. Okay, hier können wir uns deaktivieren. Das ist unser duter altes Schweinchen. Es ist alles okay, Onkel. Ist es überhaupt unser Onkel? Ist es jetzt eigentlich nicht so möglich, aber... Meine Güte, mach langsam. Du holst dir einen Leistenbruch. Könnte ja sein, Leute, oder? So, da la. Ich glaube, die dahinter ist... Naja, wir können es ja gar nicht dahinter schieben. Haben wir hier dagegen geschehen. Meine Güte, mach langsam. Du holst dir einen Leistenbruch. Ja, ist alles okay. Hier werde ich noch meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jade. Der letzte Schrei im Personennahverkehr. Ja, aber das ist längst nicht alles. Was können sie denn noch? So viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem. Ja, wenn du jetzt einmal doof hinkommst, ist es immer gebrutzelt. Ach du. Ein Reaper. Sie hetzen uns einen Reaper auf den Hals. Und er sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Er muss auf die Rohre aufpassen. Es wird so, es kann, Jade. Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen wir um, solange wir noch können. Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, dann werden wir hier am dringendsten gebraucht. Ei, 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 ei. Können wir eigentlich das mal auch ein Foto machen? Von den Reaper-Spuren hier. Scheinbar nicht zu weit. Das alte, kribbelige Schwein hier. Ich werde zum Affen, Onkel. Nichts persönliches, Jade. Hier werden sogar die Aufzüge misshandelt. Halt durch, alter Junge. Onkel Pates wird's richten. Kannst du ihn reparieren? Ich probiere es. Aber bitte erwarte kein Wunder. Wenn ich mir das Kabel ansehe, hat er einen Schlag gegeben. Er braucht einen neuen Schrittmacher. Und dein Job ist es, einen Organspender zu finden. Eine Sicherung. Und wo bitte schön soll ich hier eine Sicherung finden? Er braucht eine. Er ist in sehr schlechtem Zustand. Mit dem Kolfen. Hab getan, was ich konnte. Ich hab das Ding einfach wieder reingesteckt. Einfach reinstecken, Leute. So macht man das. Aber erst mal. Fotos werden gemacht. Wann ist das, hat die Fotos von diesen einen, ähm, Agent... Ah, Namen vergessen. Agent irgendwas? Okay, gut. Ganz kurz mal speichern. Bevor ja, Agent irgendwas uns noch den Garaus macht. Okay, das ist hier unten, was ich schon irgendwo einen Spender finden. Da, hier ganz sicher, Elektrizitätsraum. Okay, wir warten noch ein bisschen. Denn ich möchte ungern Schweizer Ostfunkäse werden. Das alte Schwenk kann nicht liegen, aber... Der Ventilator. Er stellt den Kontakt her. Wir müssen ihn in die richtige Richtung drehen. Und wie soll ich das machen? Ja. Ich glaub, hier sind wir schon ein bisschen falsch. Ja, brauchen wir aktuell noch nicht. Ja, obwohl könnten wir eigentlich schon mal der Kaufen gehen. Haben noch gelungen. Konto-Identifizierung, okay. Eine Büchse-Kababs stellt die Lebensenergie voll. Eine Büchse-Kababs stellt die Lebens-Einstarkoß stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Er damit. Ach, also hier kommt es auch schon erst später lang. Out, out, out. Das war nicht geplant. Naja, ich hab ja grad Leben gekauft. Dann passt das ja. Oh, hau dir das Riesending zwischen die Lippen. So. Hier kommen wir aktuell auch noch nicht durch. Aber... Na gut. Ja. Kannst du jetzt mal drücken. Danke. Warum sagt der Paredor? Ist ja hier jetzt gelandet. Ja, und ich tue das. Hier ist auch noch irgendwas. Und es auch noch irgendwo hinführt. Labor. In's Labor. Schickt. Sieh mal die Spuren. Er muss hier irgendwo sein. Und er hat bestimmt Hunger. Müssen wir dann irgendwo... Du weißt, diese Viecher lieben, Schweineländchen. Müssen wir dann hin? Ist das so eine gute Idee? Hey. Und ich dachte, du hättest nur ein hübsches Gesicht. Der war jetzt böse, der war jetzt richtig böse. Einfach mal alles fotografiert. Perfekt. Und ich hoffe nicht, dass diese Kreatur hier ist. Aber anscheinend ist sie hier ausgebrochen. Hier lagern sie ihre ekligen Nutri-Pillen. Äh. Äh. Ähm. Ja. Apropos Kinderspiel, ne? Schaut hier sehr, sehr schön aus. Rechts und... Uh, eine Perle. Aber... Das hat mir jetzt auch nicht das gebracht, was ich eigentlich bräuchte. Ich brauch eine Sicherung und keine Perle. Das hat mir doch noch einen anderen weiter Weg. Hier ging es ja auch noch weiter. Aufzug. Ja, etwas... Ich liebe diese Angriff, Leute. Autsch. Könntest du mal nicht aufhören? Ich glaub, wie machen wir jetzt auch noch putz? Das Sicherheitssystem, oder was ist das? Erst mal, wo ich schaden kann, dass ich habe in die Game. Nein, nein, nicht zu Dank. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Ja, ich geb dir gleich strahlendes Lächeln. Ah, das Schwein wächst einen richtig ans Herz. Ah, nee, drin ist... Nein, ich hab grad keinen Hunger. Na, du brauchst keinen Hunger. So, hoch damit. Wir haben zwar echt viel Leben, aber das ist auch echt schnell weg. Mit zwei, drei Schlägen von den Gegnern. Was ist auch ziemlich schnell wieder? Ja, uns wird schon hoffentlich nichts passieren. Hätte sich mal doch die Besorgen gemacht. Hier wird mal leben, weggerostet. Weggerostet. Ach, du grüne Neune. Du hast es, Shawnee. Das ist der erste Beweis. Die Gouverneurin wird jetzt bereit sein, dir den Code zu schicken. Nutri-Pillen-Fabrik. Geschützter Verschluss. Den Code sollten wir finden können. Ich bleibe in Kontakt. Kann ich dir irgendwie helfen, oder... Was soll ich denn tun? Das sollte funktionieren. Aber Vorsicht! R8 im 9. Ähm... 8. 9. What code? What is denn das? Bravo, Jade! EIN HANCHU! EIN HANCHU! EIN HANCHU! Oh, bist du okay? Sie, sie haben mein Gehirn weichgekocht. Bist du unser Kontakt? Bist du Double H? Nein, weiß nicht. Sagt dir das Iris-Netzwerk irgendwas? Hören Sie, Frau Iris. Jade, mein Name ist Jade. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich behilflich sein. Also bist du Double H? Double H, Triple Z, wie Sie wollen, fragen Sie mich nicht. Ich weiß nur, noch zehn Minuten länger und ich wäre Geschichte. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Cyrus. Jade. Mein Name ist Jade. Zu diensten, Miss Jade Cyrus. Der gefällt mir. Der ist cool. Leute, alle Charakter hier sind so liebevoll. Und so, es ist einfach so herzlich. Das ist so cute, das ganze Game aufgebaut. Okay. Ich glaube, dagegen solltest du nicht stoßen. Ach ja. In der Ausbildung haben wir gelernt, dass man nicht durch 20 Zentimeter Stahl brechen sollte. Ja gut, ähm, das, äh, 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 das ist eine schöne Ausbildung gewesen. Ich hoffe, dir geht's gut darunter. Miss Harris, keine Angst. Alles in Ordnung. Ich bin deine Nächte. Oho. Ach du. Der ist gerade abgestürzt. Doch, ja, der ist... Ah. Okay, gut, das ist schlecht. Mal speichern. Mehrfach gespeichert ist besser als alles andere. Mal gucken, ob wir da irgendwelche Berichte haben. Scheinbar nicht. So, dann gehen wir mal wieder hintere. Na, ich frag mich jetzt, wo unser Kollege abgeblieben ist, weil abstürzend ist es nicht so trollig. Das ist mein Onkel in Ruhe. So, gleichzeit ein Schwein ist, aber das ist egal. Das ist in Ruhe. Bescheinbar nicht, da ist es nicht so trollig. Out, 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 out. Hat weh, das hat weh, das hat weh. ich komme ich mir an den ran da schießt sie halt ins auge das könnte sich vor dem foto machen wenn man schon dabei sind machen wir schon ein foto dieses monster ist seit tausenden von jahren ok dieser film ist voll gut ich überweise eine perle kürzlich ein bisschen schneller machen meine schweine freundlich gefressen mein onkel wird gefressen da wozu für den schwein ist die leute wo wissen wollen wie das ganze passiert ist oder was auch immer der zweite teil ist auch davor ganz cool und schaut muss ich mal besser aus als der teil hier aus jetzt direkt auf mir gelandet da leute jetzt fertig da lasst das schwein in ruhe ich habe schon werkt das gefällt dir nicht wenn ich abschießt aber du bist böse ich muss dich abschießen ja 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 Danke, Jade. Ohne dich wäre ich mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett gelandet. Sei ruhig. Du machst mir Hunger. Ich bereue schon, dich gerettet zu haben. Die will ihn gleich am liebsten fressen. Wir haben eine E-Mail von Double H bekommen. Du hast ihn gefunden. Bemerkenswert. Er sagte, du sollst dir keine Sorgen machen. Er findet den Weg allein. Das hoffe ich mal. Double H scheint mir nicht so der Glückste zu sein. Halt, stopp. Ganz wichtig, ganz wichtig. Cool. Die Alpha-Avteilung hat uns getäuscht. Seit Beginn des Krieges stehen sie unter der Kontrolle der Doms. Dank Double H wissen wir jetzt, wohin die Opfer auf jeden Fall. Erstens, zweitens, drittens. Das wissen wir doch schon längst. Das wissen wir doch alles schon längst. Ich wollte doch uns speichern. Ich hätte schon gedacht, das ist ein cooles Video, aber nein. Hier. 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 Das war's. Ah, ein Spezial-Schlüssel für mich, Jake. Direkt voraus. Hey, Jake! Sicherung! Genau das, was wir für den Aufzug brauchen. Ich bewundere deine Art, mit Wächtern umzugehen. Bravo, Jake! Eindringlinge! Eindringlinge! Zerstörungsprozedur! Zerstörungsprozedur? Das werden wir ja sehen, ihr Paraditen! Hau! Nicht auf mich! Jetzt! Hau! Nicht auf mich! Hau! 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 Das war's. Ja, das ist ein Funkshake. Ja, das ist ein Funkshake. Ja, das ist ein Funkshake. Das macht mich krank, all diese mechanischen Wunderwerke platt machen zu müssen. Gut gemacht, Jade. Bueno, ich behalte das für dich. Ja, das ist ein Funkshake.